Moin Leute, heute wieder der LoL am Start und heute spielen wir mal eine Runde Battlelands. Ich liebe das Spiel einfach. Ich mag das. Und ja, das ist ein Gegner. Ja, so welche Spiele spielt ihr denn? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, jetzt kommt ein Wort. Oh, die Arme. Und komm, komm. Zwei Kills schon. Ich habe gerade einen Kill Bonus aktiviert. Dann kriege ich schon viel LXB. Mit welcher Waffe spielt sie denn sehr oft oder eigentlich nur in den Battlelands? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Oh nein. Okay, okay. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich kann mich nicht bewegen. Tanz regt so auf. Ich fahrt noch eine Runde. Ich glaube, ja. Ich gehe da jetzt letzte Zeit oft und ich war eigentlich immer hier hingegangen, weil da selbst nicht wohl stand. Aber jetzt gehe ich immer dahin, weil da ich bin da noch nie gelandet und da war keine Tue. Ah, ich sprach wieder. Da muss ich die App mal, glaube ich, wirklich runterladen. Das war es mal wieder komplett mit ihm. Oh nein, diese Waffe hasse ich. Ich nehme lieber die Scar oder einen Sniper. Weil der Sniper LOL, wir spawnen einfach zwei. Was? Als ob. Okay, ich habe ihn verschleucht. Hä? Als ob sie einfach zwei spawnen. Da und da. LOL. Mit Pump soll ich die mitnehmen? Ich glaube, ich nehme die mit. Die Birmkern auch entfordert. Schild. Schild. Wer lässt, bitteschen, Schild liegen. Auch wenn ich jetzt in der Schuhe will nicht, ich nehme es trotzdem mit. Und jetzt als Sniper. Den Sniper. Ja. Mag ich jetzt nicht so. 50er Headshot. Das schmeckt schon mal, aber sonst, hm. Weiß ich. Ich glaube. Okay, ich habe ein Problem. Ich habe sehr wenig Leben. Und hier liegt einfach gar nichts. Wenn ich jemanden ansehe. Und hier rein. Oh, es liegt gar nichts. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich einfach nur ganz weit weg. Und deshalb gehe ich auch mal hin. Hä? Logisch. Und goldene Pump. Okay, jetzt schnell mit geht. Uh. So. Der Sniper. Der Sniper gegen Pump. Wie viel mehr. Viel, 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 viel. Ist auch noch klein, allerdings. Krass. Ich glaube, ich... Chill. Oh, 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 oh. Wieder rum, komm. Der Sniper. Der Sniper. Der Sniper. Der Sniper. Das war's mal wieder komplett. Wie will ich leben? Mann! Aber ist für mich ein paar HP. Digga, diese? Egal. Okay, das ist jetzt mein letzter und das wird jetzt was. Vielleicht spiele ich auch nächstes Mal Brawl, Star oder Fortnite. Ich glaub Fortnite. Ja. So, wenn ich mal Fortnite spielen will oder jemand eins gegen eins gegen mich will. Ich rasiere auch schon. Ich heiße außerdem, I love chicken. Oh, solche Spieler hasse ich. Aber ich gewinne ihn. Glaub ich. Okay. Ja, gewinnt. Ich fahr da mal weg. Oh, Mann ey. Digga. Es wird gar nichts. Ich hab so wenig lebendig hab. Ich hab nicht meine anständige Waffe. Oh, Schrott. Da liegt nichts jetzt. Ich muss in die zu sehen. Also, ich werd bestimmt noch was sehen. Falls ich jetzt brauche. Oh. Hier ist nur noch genug oder? Sag ich doch. Aber jetzt brauch ich noch mehr. Hier Sachen. Ich find nur diese Waffe. Wie findet die die? Ich finde die. So gut. Krass, ne? Oberpower. Boah. Ich bin die Waffe. Dumm. Dumm, dümmer und dümmsten. Jetzt brauche ich wieder. Das lassen wir wieder komplett mit mir. Dies und dies. Das ist jemand drin. Über auf die Uhr. Ich weiß nicht. Die Runde. Ich bin 13. Hab auch immer die Anfangsleben. Und ich hab so ne Kackwaffe. Hab ich endlich mal ne Pumpkan. Die Pumpkan. Ich muss ne Bazooka haben. Ich bin glaub ich bisschen kaputt. Aber ich hab den Schaden abgezogen. Also. Höchstwahrscheinlich, dass er jetzt auch stirbt. Hm. Was? Ich hab lieber durch die Zone. Wirklich. Ich hab ein HP. Ein HP. Also. Eintritt. Eintritt. Kaboom. Okay. Der Pumpkan. Pumpkan hat nicht so ne große Reichweite. Neu. Er macht. Orange. Okay. Ich glaub das war's mit dem Video. Ich glaub ich guck dir noch jetzt zu. Wer gewinnt. Ich wette auf. Ahem. Auf Kaka. Okay. Das war's gewesen. Und. Schau. Das ist techniker Ab Thomas. bei Operone. Foto, Treffer, Jesse und 17 einmal weiteres.